Peace Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neunten Video auf meinem Kanal. Heute wird es süß, sehr süß. Für dieses Video heute habe ich mir eine Zuckerwattenmaschine bestellt. Ich werde heute aus meinem kleinen Bruder wahrscheinlich die größte lebendige Zuckerwatte der Welt machen. Hier ist das geile Teil aus China. Zuerst brauchen wir natürlich Zucker. Und dann, weil ich ein bisschen zum Spaß, blaue Lebensmittelfarmen. Als erstes wird die Maschine eingestellt. Nun kann man die Maschine einschalten. Ein Kilo Zucker, das entspricht 4000 Kalorien. Zuerst fangen wir an mit einer ganz normalen Kirmissuckerwatte. Für den Anfang war das nicht mal schlecht. Aber jetzt gehen wir ans große Geschütz. Hast du keinen Stängel? Dann nimm doch einen Bengel. Ein Kilo Zucker, 4000 Kalorien. Das ist wohl mit Abstand die größte menschliche Zuckerwatte auf der Welt. Und nun kommt der spaßige Teil. Ich werde viel gefragt, was ich später machen will. Doch das ist doch ganz klar, dass das jeder Junge will. Zuckerwattenverkäufer. Nun habe ich gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Vielleicht muss ich meine Berufswahl nochmal überdenken. Die wahren Zuckerwattenkünstler kommen aber aus China. Da ist das schon im Alltag. Probiert mal auf der nächsten Kirmes eine solche Zuckerwatte zu bekommen. Bei uns gibt es nur die blöden Einfarbigen. Das Sprichwort, bist du aus Zucker oder was, bekommt so eine ganz neue Bedeutung. Für mich sah er aus wie eine Wolke oder ein Schaf. Wenn ihr das auch findet, gebt mir einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit deinen Freunden. Und ich würde sagen, Lieben ist draußen. Bis zum nächsten Mal.